moin moin tag servus und grüezi willkommen zurück zu survive the nights tag nummer sechs ich bin es wieder euer nobody danke dass ihr einschaltet ja lieben wir haben ja bis jetzt ein bisschen was erlebt sind jetzt hier in diesem kleinen häuschen geblieben und ja werden uns auch jetzt gleich mal auswagen gucken noch mal hier gerade nach am besten da ist auch nichts ja immer mit nix nix super das ist doch nur mein magen so langsam die tür öffnen das ist immer wichtig ja man hat jetzt auch ein dreh raus da ist auch nix drin toll nix ja das ist gut jo komm nehmen wir mal die handsäge am besten mit kann nicht schaden wir können es mal probieren und ich nett ne weine ist noch gut nie aber aber ist jetzt kommt fr diret 17 ist gut ist nichts eine jahra mit den türen wie gesagt haben menschen gehen aber nur an die klinke zielen dann geht die schön langsam auf man ist es gut aber ich habe leider keinen platz Und das war eine Benachrichtigung auf meinem Tablet. Sorry. Lass mal das mal genau. Dieses knurrende Geräusch im Magen, das ist ja schlimm. Dabei hast du jetzt schon was im Bauch. Schade mit dem Baisy. Aber egal. Was sagte ich noch? Auf die Klinke zieh. So, schauen wir uns noch mal hier um. Der Baumstamm ist despaunt. Ja, komm. Genau, du lachst uns an. Dann wollen wir mal. Jetzt dürfen wir auch in den Baum rumtanzen. Hier ein Ringel rein. Finde ich ein bisschen schade. Und dann kracht er garantiert gleich noch auf uns. Weg da. Timber. Und so, liebe Kinder. Blockiert man die Straße. Das sollte man tunlichst nicht machen. Gut, ich bin wütend. Ich hack auf Holz. Das ist eine komische Schattenanimation, finde ich. Okay. Wo ist denn das Teil? Wir haben noch was abgehackt. Wo ist es? Na ja, komm. Vielleicht beim zweiten. Okay. Sag bloß, habe ich es aufgenommen schon? Nee, ich habe doch nicht keinen Platz. Ich habe nur Firewoten. Das ist eigentlich... Nee. Nee, das bringt eigentlich wenig. Ach, den Sharpening Stone soll ich auch nachher mal verwenden. Nee. Entweder bin ich jetzt gerade blind oder... Oder ich bin blind oder... Also es ist einfach nicht da. Kann ich auch noch nicht verwenden. Na gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen das gesamte Teil zerhacken. Oder? Dann kriegen wir vielleicht erst... die Stimme raus. Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal. Na komm. Falls es so viel Spaß macht, hacken wir einfach drauf los. Und nochmal. Hm. Das war ein Satz mit Dicks. Guckt euch mal die Animationen. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Der hackt verzögerte Schatten. Ich bin Lucky Luke. Ich bin schneller als mein Schatten. Schatten. Da ist es ja. Okay. Und da? Verzeihung. Ich muss mich nochmal räuspern. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Oder? Okay. Das kann ich mal droppen. Brauche ich gerade nicht. Vielleicht brauche ich nur ein bisschen mehr Platz, dass so zwei, drei kleine Items vielleicht ausreichen, oder? Ja, unsere Wumme natürlich nicht. Naja. Da ist es toll. Vielleicht dürfen wir fast gar nichts tragen. Und können den dann vielleicht nur ein paar Meter tragen. Ich weiß es nicht. Muss ich alles noch herausfinden. Ich bin auch neu hier komplett im Spiel. Natürlich. Ich hätte mir jetzt auch andere Let's Plays angucken können. Aber ich lasse mich da lieber überraschen. Okay. Die können wir aber wegschmeißen. Immer noch nicht. Hm. Äh. Spielt da was? Ja. Okay. Du. Oder du? Nee. Nee, du bist doch zu dick. Okay. Komm. Nehmen wir dich. Probieren wir dich mal aus. Äh. Okay. Du willst nicht. Toll. Hm. Na gut. Machen wir mal was anderes. Davor es zu dunkel wird. Diese Geräusche. Dieses. Genau. Hallo. Hallo. Haben sie schon ihre Rundfunk-Gebühren bezahlt. Nicht wütend. Ach. Diese Range. Ich muss ganz nah ran, um die zu treffen. Und die treffen mich von drei, vier Meter Entfernung. Die haben echt Go-Go-Gadget-To-Armour. Wie in Seven Days. Teilweise. Damit sind gemeint. Wirklich. Die kriegen dich von fern. Ich weiß. Das Spiel ist eine Pre-Alpha. Okay. Aber das sollten die fixen. Weil es ist immerhin ein Survival. Es geht darum, um zu überleben. Hm. 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 Na, wenn ich war gut. Up machen hier. Hörens. Hörens mal. Und hey. Mäh. Nee. Juten Tag. Oh. Oh. Da fällt mir noch was ein. Come on. Wie wär's, wenn wir das machen? Und dann die alte. Das war, glaub ich, die mit acht. Genau. Drop. Come on. Jetzt. Gut. Durchladen machst du nicht, oder wie? Na, egal. Oh. Antiseptik. Nicht übel. Oh. Hm. Nee. Nee. Hm. Okay. Hoffentlich vernacht die Bumme jetzt nicht. Hallo. Rundfunkgebühren, Eintreiber. Äh, äh, äh. Ich will keine Rundfunkgebühren mehr. Jetzt hol ich sie mir trotzdem. Hm. Hm. Äh, äh. Okay. Was haben wir da leckeres? Karotten. Antiseptik. Oh, why not? Gauss Pad. Oh, je, je, je. Los, nehm. Hm, je, je. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir was droppen. Was brauchen wir schon mal ganz und gar nicht? Komm, sei mal realistisch. Yay. Sind wir da? Nein. Was brauchst du? Ah, okay. Das war doch hier, ne? Schon wieder gespawnt. Okay, das sollten wir ein bisschen fixen, finde ich. Ich mach mal zu. Soll ja nicht zu easy für die werden. Oh, schaut euch das an. Okay, nur zwei? Oh, okay. Das war sehr diskret. Was war da? Ne. Da? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Ne. Na los. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, ähm... Was ist das? Na? Ne, geht leider nicht. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, warum ich nicht mal anfange, Sachen einzulagern und dauernd alles mit mir mitschleppe. Ja, ihr habt ja gesehen, ich bin eigentlich erstmal auf dem Durchmarsch. Ich möchte an ein Fleckchen kommen, wo ein bisschen besser geeignet ist. Ähm, ja. Zu überleben. Und ich finde hier, das Fleckchen ist für den derzeitigen Stand, was haben wir da? Äh, noch nicht so gut geeignet. Deswegen erstmal durchmarschieren, bis wir so hoffentlich mal eine größere Ansammlung an Häusern finden. Oder vielleicht eine Ortschaft. Also jetzt nicht nur so drei Häuschen, das ist noch keine richtige Ortschaft. Hallo? Bomfass. Ohoho. Übel. Übel. Hier nochmal was Neues dran. Ne, oder? Ne, komm. Komm, komm, komm. Go, go. Falsche Richtung. Genau. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ich glaube, der Mittag ist schon durch und es wird bald dunkel. Hallo? Hallo? Nein. Ein Stein. Nichts Neues hier drin gespawnt. Na ja, gucken schadet nichts, außer ein bisschen Zeit kostet es. Na ja. Na ja. Okay. Das war Zeitverschwendung. Aber ich kann es auch nicht lassen. Tja. Bleiben oder gehen? Ich glaube, wir gehen. Ich hoffe mal, dass wir uns jetzt nicht hier ins Verderben stürzen. Na komm. Ein bisschen Vertrauen hier. Und wir schaffen es vielleicht. Hm. Das Wohnmobil da. Das war doch ein Wohnmobil. Das hätte ich gern. Da habe ich mal einen Trailer von gesehen. Das kann man schön herrichten. Oh. Das ist nur zu. Richtig super. Ja. Noch nix. Ich bin auch mal gespannt, wann ich den ersten echten Spielern begegnen werde. Das dürfte ja nicht mehr so lange dauern. Ich bin ja schon hier ein bisschen was unterwegs. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten auch sich dann erstmal Richtung Ortschaften orientieren. Zwar nicht ganz große Ortschaften. Was haben wir denn da? Okay. Aber das ist halt ein Instinkt, da hinzugehen, wo es auch mehr zu greifen gibt. Wiederum. Ja. Okay. Das sieht. Das sieht ja nach was größerem aus, oder? Ja. Ich glaube, wir haben unsere erste kleine Stadt gefunden. Na gut. Also, wie gesagt. Klar, der Instinkt treibt einen da hin, wo man was abgreifen kann. Aber das birgt auch wieder das Risiko, selber zur Lootquelle zu werden. Und man muss aufpassen. Es kann sein, dass jemand hier einfach nur rumläuft. Sieht eigentlich harmlos aus. Das kennen wir ja auch aus DZ. Also, falls ihr das mal gezockt habt. Und dann nur ein Griff. Bumm. Hat er die fetteste Wumme in der Hand. Und... 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 Verleitet. Ja. Ich habe auch schon geraged. Okay. Läuft es noch rein. Bevor ich jetzt über Vergangenes aus DZ schmunzeln und dann selber gerade weggesnipert werde. Ich hoffe mal, dass die Anzeige auch noch... Ja. Oh, sieht das gut aus, das Wurmobil. Bevor... Ich hoffe, dass die Anzeige auch wirklich noch up to date ist. Ne? Dass er funktioniert. Nicht, dass hier jetzt 100 Spieler drauf sind. Und... Haha. Wir sehen da einen rumlaufen. Das ist Papier. Das ist Gestöhne. Aus dem Haus. Und das ist meine Schrotze. Ach. Geh ob. Hallo. Ich bin's. Boom. Äh. Ach. Ja, okay. Hält mir alles nach, wenn ich alles verpackt gefeiert habe. So. D- Ah. Tatsache. Gut. Hallo. Du bist auch schon sehr jung. Ach. Zombie. Das war nur ein Zombie. Ich mache ja auch keinen Krach. Wenn Leute hier sein sollten, die wissen jetzt, dass ich da bin. Das ist es. Also, in der Stadt immer diskret sein am besten. Ja, das ist eine Pistole. Die ist nachgeladen. Okay. Da ist das. Bäm. Genau. Hallo. Ja, herein. Bäm. Ah. Hallo. Bäm. Bäm. Falling down. Boah, das war ja noch mit dem... Mit dem Douglas als Schauspieler. Joah. Gut. Was haben wir da? Hm, nee. Oder? Boah. Tatsache, wir haben keinen Platz. Nö. Ich soll es mir jetzt wirklich dreimal überlegen. Nicht nur zweimal, sondern dreimal. Hier weiterhin die Pistole zu verwenden. Aber ich sage es so, wie es ist, wenn ich zwei, drei Zombies gegenüberstehe. Okay, sagen wir mal ab drei. Ist es schon mal besser? Oh, schon wieder. Denn, äh... Okay, mit zwei kann man noch klarkommen. Aber ab drei wird es übel. Und ich will nicht hier als Zombiefutter enden. Muss es abwägen halt. Einen Millimeter schon wieder. Oh, was haben wir da? Ähm. Mal hier durchstöbern am besten. Hallo? Hallo? Boah. Nee, das will ich nicht. Wo haben wir das? Dirty Rex. Hallo? Wo ist es? Da. Da ist es. Weg damit. Ciao. Hm. Aber auch mal ein bisschen mehr Glutglück. Einen Dosenöffner wäre schön. Den brauche ich ganz dringend. Was haben wir da? Ja, natürlich. Kann ich auch nicht mitnehmen. Die Dose bringt mir auch nicht so viel. Da ich keinen Dosenöffner habe. Hm. Nein. Das Geräusch bedeutet Nacht. Schleichen wir uns am besten. Wobei, ich mache hier am besten nur mal zu. Und hier auch. Lieber wieder raus. Da ist ein Fenster. Ja, das war sehr diskret. Psst. Nobody war das. So. Jetzt sollte ich auch mal schnell das Licht anmachen für euch. Sonst wird es zu dunkel. Hallo Licht. So. Ja, das ist eine Toilette. Das ist eine Wand. Das ist eine Spüle. Ja, ihr Lieben. Jetzt heißt es ein bisschen schwafeln, weil ich könnte jetzt sagen, ich überspringe die Nacht. Aber ich finde gerade die Nacht bringt ein bisschen das Ambiente ins Spiel, weil sie gefährlich ist. Die Zombies sind ein bisschen fideler, tougher, also agiler. Lärm zieht sie an. Licht zieht sie an. Und es kann dann sein, dass man eine üble Horde am Hals hat. Deswegen ist es ein bisschen Spannung. Es könnte sogar sein, dass jetzt einer hier rein spaziert. Und wenn ich den halt gerade am Bekämpfen bin, könnte er vielleicht auch selber genug Lärm machen, um mehr anzuziehen. Und dann hätte ich Partyhart. Das ist ein gewisser Reiz am Spiel. Und ja, ich hoffe mal nicht, dass jetzt auf einmal spontan die Tür wirklich aufgeht. Das ist sehr suboptimal. Ich muss noch mal mehr hier beim Crafting auch gucken. Ich finde es ein bisschen umständlich gemacht, muss ich sagen. Unübersichtlich, unumständlich. Naja. Oh. Eine weitere Folge von Survive the Nights. Ich hoffe, euch hat auch die Special-Folge gefallen. Ich finde es einfach wunderbar. Ich habe jetzt über 50 Abonnenten auf YouTube. Ich betreibe das nach wie vor als Hobby. Ich finde es toll, wenn ihr mein Hobby mögt, wenn ihr das mit mir teilt. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr Ideen, Vorschläge, Tipps und so habt, nur raus damit. Ich freue mich immer. Und natürlich mag ich es auch sehr, mich mit euch zu unterhalten. Und am allerbesten kann man das auch über Twitter oder Facebook. Klar, auf eure Kommentare, auf YouTube kann ich ja natürlich auch antworten. Das ist nicht das Problem. Aber es ist ein bisschen vereinfacht auf Twitter und Facebook, finde ich. Ja, mal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen länger als ein halbes Jahr dabei. Ein halbes Jahr und ein paar Tage. Macht Spaß. Und ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen was erlebt auf YouTube. Wenn man meinen ersten Intro-Trailer sieht, alleine da habe ich ein bisschen was verändert. Der Schnitttechnik, Bearbeitungstechnik und so weiter. Und das macht Spaß, was Neues dazu zu lernen. Und man lernt stetig was Neues dazu. Auch neue Programme zu verwenden, wovor ich mich vorher gesträubt habe. Weil das war alles Neuland für mich. Und ich habe nur gedacht, ich will doch nur mein Let's Play machen in Ruhe und euch mein Hobby zeigen. Und ja, aber ich denke, es ist nicht so schlecht, wenn ich jetzt auch zum Beispiel mal ein anderes Programm mitverwende. Dass es noch alles runterläuft und so. Okay. Okay. Not bad. Ha, ein Ken-Opener wäre echt nice. Hmm, lecker. Dieses Geräusch, was man gerade gehört hat, das war wohl ein Zombie. Aber das hört nicht so an ein Instrument. Okay, make it clean. Aha. Campfire and Woodstove. Okay, ich habe es am Kamin, glaube ich, nur probiert. Woodstove müsste ich dann tatsächlich mal versuchen. Aber da braucht man, glaube ich, auch Kohle, was ich eigentlich idiotisch finde. Holz rein und go. Weil, äh, Woodstove. Wood, not cold stove. Klar. Entweder oder. Oder man kann beides rein machen. Oder getrennt. Aber höchstens brennbares Material. Aber gut. Wir müssen aber dringend mal zuschauen, dass wir Wasser abkochen. Zunder müssen wir dann auch wieder finden, herstellen und so weiter und so fort. Nochmal was zu essen. Regelmäßig haben. Dosenöffner ist echt Gold wert in dem Spiel. Mit dem Messer wollte es sich ja nicht öffnen lassen. Beziehungsweise, äh, mit der Axt. Ich muss mal irgendwann mal mit dem Messer probieren. Aber am besten, wenn es Tag ist. Warum? Weil ich Angst habe, dass es vielleicht Lärm macht und... Na, ihr wisst ja. Ich genieße gerade das Geräusch im Hintergrund, die Grillen und so. Würden wir nicht hier in der Zombie-Apokalypse rumlaufen, wäre das richtig entspannt. Ja, wir trocken hier ein paar Sachen, wo ich mir denke, pff, schaut euch das an hier. Alleine die Nägel. Ne? Oh. Äh, nicht so gut. Ne, aber wie gesagt, wir trocken hier ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, wir haben wieder Durst. Oh Wunder. Ja, ist besser in der Hand zu haben. Besser als so eine Wumme, weil wenn die mal aus Versehen losgeht nachts. Hohoho, nicht so gut. Also bis jetzt haben die Zets, oder Deadheads, Zombies, nennt sie wie ihr wollt, oder a la Walking Dead, die Beißer, oder Walker. Bis jetzt haben sie mich nachts in Ruhe gelassen, wenn ich mich ruhig verhalten habe. Also, gehe ich mal davon aus? Ja, ich gehe eigentlich davon aus, selbst wenn man sich jetzt so eine Base errichtet, quasi, ein Gebäude nimmt, unter Beschlag nimmt. Und solange eine Tür zu ist, kein Fenster im Raum, kein Licht draus scheint, ist man sicher. Ja, das ist zu sehr veranschaulicht, aber im Größen und Ganzen. Und natürlich, ein Generator würde Krach machen, das würde sie sehr wahrscheinlich anziehen. Aber ich glaube, so hätte man kein Problem, nachts zu überleben. So, ihr seht jetzt sehr wahrscheinlich meistens nur das alte Menü. Aber es müsste jetzt auch bald Tag werden. Da war es wieder dieses komische Geräusch. Ah, dann sind wir in der Nähe. Hm. Hm. Waren das Schritte? Ich hätte fast schwärmen können, da wäre jemand ein bisschen schneller unterwegs gewesen. Hm. Naja, die Nacht sollte jetzt bald vorbei sein. Ihr seht ja auch, es ist nicht mehr so extrem dunkel. Und es wird auch leiser. Ah, Tag 7. 7 Tage überlebt. Yippie. Hallo, Tag. Ich glaube, wir können los. Und siehe da. Kleiner Tipp bei so einem Spiel, am besten dann immer die Türen schließen. Weil offene Türen sind dann auch meist ein Indiz. Da war jemand oder ist vielleicht jemand. Hm, okay. Das war jetzt komisch. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, den Zombie hier angegriffen zu haben. Oder jemand war wirklich da. Hm. Ah, dann hätten wir auch den Zombie ausdicken hören müssen. Ja, ich habe Durst. Ich weiß. Ich habe Durst. Ich habe Hunger. Ich habe alles. Yippie. Leider nur leer. Platsch. Das war Erde, kein Wasser. Was? Guck, guck. Ich habe mich auch. Ein Küche. Nein. Nicht so viel los. Na gut. Oh, ein Grill. Na, coming soon. Da. Na. Na. Hier was, ne? Hallo. Hallo. Ne? Ne? Na gut. Dann feste Stecken. Na, natürlich. Ah, gut. Ne. Hm. Hm, ne. Gut. Eins nach dem anderen checken. Ne. Hm, ne. 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 Nö. Ah, ah. Schau, hier haben wir ja eigentlich schon. Ne, schon. Irgendwas haben wir da? Was haben wir da? Komm, mal einfach mal schon. Bööö. Hm, ne. Oder? Habe ich Platz? Ne. Gas, Frap? Ne. Ach. Komm, droppen wir trotzdem mal noch Stuff. Hm. Hm. Schade. Oh, oh, oh. Das ist gut. Äh. Ach, nö. Das ist Würde. Kann ich auch nicht wegpacken. Nö, egal. Was machen wir, was machen wir, was machen wir. Jo, aufkommen. Immer noch nicht. Nö. Ah, nö. Ah, nö. Nö. kann man einmal schadet nicht jetzt müsste es aber klappen das bedeutet ja schmack natürlich das braucht man nicht im platz und gewicht schauen wir uns das mal an picknick tische vielleicht haben wir hier einen normalen grill genau ich weiß ich habe eigentlich gesagt die türen schließen aber das haus ist so groß ich halte mir gerade mal offen weil ich war auch noch nicht hier im haus und falls wir hier drin besuch haben werde ich auch schnell flitzen können ist das deprimieren so viele leere schränke okay auch noch natürlich kein platz so Ach, ärgerlich. Was war denn das? Jetzt erstmal eine Runde Klavier. Und jeder weiß, wo wir sind. Ah, okay, noch eine Ausgabe. Ja, den schließen wir aber wieder. Ganz leise vorgehen, wenn es geht. Nee. Okay, hier ist mal wieder nichts. Schade. Hallo? Öffne dich. Das Schlafzimmer on. Nein. Was sind wir da? Bolds. Naja, sobald... ...da kein Crossbow davor steht, ist mir egal. Crossbow bolts würde ich mitnehmen. In der Hoffnung Crossbow. Potsch. Ich frage mich, warum ich noch überhaupt so Drohnen und Kisten aufmache. Das Ganze hat sich mal nicht wirklich gelohnt. Ist da hinter was? Nee. Nix wie weg hier. Jo, lass ich jetzt aufstehen. Das ist ein größeres Haus. Beide Türen stehen auf. So, ja, da sollte man aufpassen, wenn man da reingeht. So. Ist das eine üble Lache. Genau. Wo gehe ich als nächstes hin? Hallo? Lass mich drauf. Oh, zwei. Nein. Oh, siehst du. Oh, die steht vier, fünf Meter weg. Weg. Oh, der hat auch getroffen. Oh, gut, gut, gut. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Heilen, heilen, heilen. Noch 22. So, wo sind die? Yo. Heal up. Ah. Ich fühl mich jetzt echt sicherer. Da bist du drin. Gut, gut. Tag. Oh. Oh, hat er mich einmal getroffen. Gut, gucken wir uns mal hier um. Ich glaube, es wird doch wieder langsam dunkel. Naja. Ich würde da noch sagen. Ich gucke mich mal kurz hier drin um. Aber ich würde sagen, dass wir auch am Ende einer Folge angekommen sind, ihr Lieben. Wenn ich noch was Interessantes sehe, dann schneide ich es wieder rein. Aber vorerst bedanke ich mich für, äh, ja, fürs Zusehen bei euch und sage euch schon mal bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.